Heißt Demokratie in Russland Putin forever? Schon zwei Amtszeiten war Putin Präsident. Im kommenden Jahr will es zum dritten Mal werden vorgeschlagen, vom jetzigen Präsidenten, mit dem er 2008 die Ämter getauscht hatte. Was damals schon Kritiker befürchteten, stellte sich heute als wahr heraus. Der Tausch war ein Trick zum Machterhalt. Und nicht nur die Opposition fühlt sich von den Mächtigen im Kreml betrogen. Die Wahl 2012 scheint damit jetzt schon entschieden. Vor allem junge Menschen resignieren. Sie werfen Putin vor, das Land zur Geisel seiner Willkür und seiner alternden, korrupten, politischen Begleiter zu machen. Putin bis 2024? Eine Version von Stabilität, die nicht nur die Opposition in Russland erschaudern lässt. Wie Ina Ruck berichtet. Vladimir Vladimirovich, Sie haben Geburtstag. Und wir haben ein Geschenk für Sie. Ein ganz besonders süßes. Das neueste Video einer selbsternannten Putin-Armee. Kuchenbacken für Putin. Ob Eigeninitiative oder gesteuerte Politwerbung, jedenfalls deutlich unterhalb der Geschmacksgrenze. Herzlichen Glückwunsch, Vladimir Vladimirovich. Zum 59. Geburtstag überbietet sich die Kreml-treue Jugend an Ideen. Balance von der Partei, die Mädchen von der Putin-Armee verteilen ihre Torte und die Nashi-Gruppe kommt mit Kerzen direkt zum Kreml. Putin bedeutet für mich ein starkes Russland, ein großes und mächtiges Land. Ich verehre ihn, weil er klug und weise ist. Perfekt inszeniert sind diese Aktionen. Die Regisseure der Macht überlassen nichts dem Zufall. Ganz selten nur gibt es kleine Pannen in der großen Inszenierung. Wie neulich beim Parteitag, als plötzlich die Hymne losging und Putin einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen musste. Der viel zu große Nebenmann war eindeutig nicht vorgesehen. Danach lief es wie am Schnürchen. Präsident Medvedev trat auf und schlug als seinen Nachfolger seinen Vorgänger vor. Doch Wladimir Putin hatte noch eine kleine Panne zu überstehen. Und meisterte sie wie gewohnt souverän. Keine Angst, ich kann auch ohne Mikrofon. Ich habe meine Kommandeurstimme noch nicht verloren. Auf sechs Jahre wird der neue Präsident gewählt. Zwei Amtszeiten im Kreml sind erlaubt. Das könnte weitere zwölf Jahre Putin bedeuten. Die Opposition flüchtet sich in Zynismus. Zwölf Jahre ist er de facto schon an der Macht, sagt Garry Kasparov. Auch wenn vier davon formal Medvedev-Präsident war. Aber der war nie eine selbstständige Figur. Putin hat ihn bewusst ausgewählt. Jetzt richtet er sich auf lebenslang ein. Wie Brezhnev. Der hat die Macht auch erst abgegeben, als er starrt. Der Brezhnev-Vergleich ist längst in der Welt. Im Internet wimmelt es von Fotomontagen. Putin als steinalter Sowjetfunktionär, der Inbegriff von Stagnation. An die vielbeschworene Modernisierung Russlands glauben ohnehin nur noch wenige. Jedes Jahr verlassen 100.000 Russen ihr Land, weil sie keine Perspektive für sich sehen. Und auch das Geld haut ab. Allein im letzten Monat betrug die Kapitalflucht 10 Milliarden Euro. Wenn die Gerichte nicht unabhängig und die Beamten korrupt sind, wenn die Macht durch nichts begrenzt ist, dann fühlen sich viele ungeschützt. Sie fürchten um ihr Eigentum, um ihre Sicherheit. Es gehen die Gebildeten, die Erfolgreicheren, die, die das Land so dringend brauchen würde. Für die, die bleiben, fährt Putin mit dem Biker-Club Nachtwölfe durchs nächtliche Moskau. Ein sportlicher Putin, ein Super-Putin, der alles kann. Klettern auch und sogar tauchen. Diese Geschichte war die Krönung. Putin besucht Archäologen am Asowschen Meer und entdeckt beim Tauchgang mal eben ein paar anderthalbtausend Jahre alte Amphoren. Die liegen ganz praktisch da im Schlick und Kameras sind natürlich auch dabei. Selbst Putins Sprecher hat mittlerweile zugegeben, dass die Sache mit den Amphoren wohl ein wenig zu dicker aufgetragen war. Doch im Volk kommt sie an. Putin ist der beliebteste Politiker des Landes. In der Provinz hat er die meiste Zustimmung, vor allem bei der Jugend. An die richten sich auch solche Filme. Putin ist für sie ein Held, ein Vorbild, ein Macho, der brutal ist, den die Frauen lieben, der alles kann. Und das Fernsehen zeigt ihn ohne jede Kritik. Andere Meinungen werden ausgeblendet. Die anderen treffen sich im Internet und neuerdings auch auf Veranstaltungen wie dieser, Blogger-Treffen beim Moskau. Der russische Adler mit einer Säge als Fuß, das Logo einer Internet-Initiative gegen Korruption. Denn Geld sägen, das sagt man in Russland, wenn einer Staatsgelder veruntreut. Wir haben es so satt, in einem korrupten Staat zu leben, der nicht mal verbirgt, dass er korrupt ist, sagt der Blogger Alexej Nawalny. Und er sich jetzt erst recht nicht ändern wird. Die tun nichts, wenn wir sie nicht zwingen. Bürger, Blogger, Unzufriedene und das Bedürfnis, sich zusammenzutun, auch außerhalb der Netzwelt. Mir ist nicht mehr alles egal. Als ich gehört habe, dass Putin wieder kandidiert, war das für mich der letzte Anstoß. Deshalb bin ich jetzt auch hier. Andere trauen sich noch weiter vor, mit dem Versuch, in Moskau für freie Wahlen zu demonstrieren. Schon nach zehn Minuten ist Schluss. Denn auch vom versprochenen modernen Rechtsstaat ist Russland Lichtjahre entfernt. Das ist von DasErste.de